Boris Johnson boykottiert den Wahlkampf Wenn Großbritannien nicht bis zum 22. Mai aus der EU austritt, muss das Land an der Europawahl teilnehmen. Die Vorbereitungen laufen bereits, allerdings ohne Boris Johnson. Profitieren dürften radikale Brexit-Parteien und die pro-europäischen Parteien. Der frühere britische Außenminister Boris Johnson will sich am Wahlkampf nicht beteiligen, sollte Großbritannien zu Europawahlen antreten. Johnson gilt als aussichtsreichster Anwärter für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May, die allerdings ihr Amt behalten will, bis das Land aus der EU ausgetreten ist. Die Team ist zitiert eine Quelle aus dem Umfeld von Johnson mit den Worten, Boris wird vor den Europawahlen keinen Wahlkampf machen. Er glaubt, die Aussicht, dass Großbritannien Kandidaten aufstellt, ist absolut grotesk. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein EU-Sondergipfel Großbritannien einen Brexit-Aufschub bis zum 31. Oktober gewährt. Das bedeutet, dass die Briten an der Europawahl im Mai teilnehmen müssen, es sei denn das Unterhaus stimmt bis zum 22. Mai doch noch dem vorliegenden Austrittsvertrag zu. Brexit-Anhänger unter den konservativen Tories sind damit in einer Zwickmühle. Sie lehnen den Vertrag ab, wollen aber auch nicht in der EU bleiben und schon gar nicht an den Europawahlen teilnehmen. Eine sinnlose Übung. Schatzkanzler Philipp Hammond sagte der BBC, die Teilnahme seines Landes an den Europawahlen fühle sich an wie eine sinnlose Übung, und der einzige Weg, wie wir das vermeiden können, ist, uns schnell auf einen Deal zu einigen. Am besten wäre es, wenn dies bis zum 22. Mai gelänge. Auf jeden Fall wollen wir sicherstellen, dass gewählte britische Europabgeordnete niemals ihren Sitz einnehmen müssen, so Hammond. Anfang Juli kommt das neue Europaparlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Wenn diese Sitzung ohne Briten stattfinden soll, müsste das Königreich bis zum 30. Juni die EU verlassen haben. Mehrere Minister aus Maiskabinett sagten der Teams, sie hofften auf einen raschen Brexit, würden sich aber am Wahlkampf beteiligen, wenn Großbritannien an der Europawahl teilnehmen müsse. Vor zwei Tagen hatte der Guardian berichtet, mehrere Unterhausabgeordnete der Tories hätten damit gedroht, den Wahlkampf zu boykottieren. Besonders ärgerlich aus ihrer Sicht ist, dass am 2. Mai in England Kommunalwahlen stattfinden. Die Leute auf der Straße sind so wütend, dass die Kommunalwahlen ein Massaker werden, sagte ein Abgeordneter. Niemand werde zu den Europawahlen gehen, um die Konservativen zu wählen, gewinnen werde stattdessen die gerade erst gegründete Brexit-Partei des ehemaligen UKIP-Vorsitzenden Nigel Farage. Brexit-Parteien und pro-europäische Parteien gleichauf. Die Vorbereitungen, um in Großbritannien Europawahlen abzuhalten, laufen bereits seit dem 8. April. Einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge müssen die beiden großen britischen Parteien mit mäßigen Ergebnissen rechnen. Labor kommt darin auf 24 Prozent, die Konservativen nur auf 16 Prozent. Die Brexit-Partei erreicht 15 Prozent.